Hallo, ihr hört es vielleicht schon bereits, aber ich hab richtig gute Laune. Trump wurde gewählt und am selben Tag löst sich hier in Deutschland bereits die Ampelregierung in Wohlgefallen auf. Es bewegt sich endlich was in der Welt und zwar ausnahmsweise zum Besseren. Ich hab ja schon damit gerechnet, dass man einen Trump-Sieg dann auch hier in Deutschland merken würde, aber dass das so schnell geht, das überrascht selbst mich. Es ist einfach fantastisch. Heute Morgen wurde es offiziell anerkannt, Trump hat gewonnen und es war nicht mal knapp. Und das gefällt den Fake-News-Medien mit ihrem ganzen Bullshit natürlich überhaupt nicht. Was haben sie gegen Trump gehetzt? Was haben sie für einen Bullshit verbreitet? Ich habe ja vor der Wahl mehrere Videos zu diesem Thema gemacht. Und ich habe sogar Abonnenten verloren, weil die die Wahrheit nicht hören wollten. Und wo sind wir jetzt? Der Mann hat gewonnen und es war nicht mal knapp. Und was heulen die Linken und was heulen die Woken? Sie heulen alle so sehr und unsere Medien, selbst jetzt sind sie noch am Hetzen gegen Trump und sie heulen ebenfalls. Sie heulen und heulen und ich kann mich nur darüber freuen. Die Schadenfreude, dass die endlich mit ihrer verlogenen Drecksagenda auf die Fresse gefallen sind, sie ist wirklich unbeschreiblich schön. Ich habe das auch schon vorher gesagt, so viel wird sich an der Stellung Amerikas in der Welt nicht verändern, weil die zentralen Sachen sich nicht ändern, die wirklich die Policy in Amerika mitbestimmen, die Interessengruppen beispielsweise und die allgemeine geopolitische Konstellation. Das ändert sich alles nicht mit Trump. Aber was sich ändert, ist, dass der ganze woke Scheiß jetzt in Amerika nicht mehr unterstützt wird. Und jeder, der sich ein bisschen mit Deutschland auskennt, der weiß, inwieweit wir von Amerika mit abhängig sind. Wenn also diese Scheiße in Amerika ein Ende findet, dann wird die zumindest auch bei uns in einem deutlichen Maße reduziert werden. Und sie haben so Schiss davor. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, die panische Angst, die jetzt haben. Und genau deswegen geht noch am selben Tag die Ampel in die Kernschmelze. Es ist grandios. Ganz simpel zusammengefasst, hat die Ampel schon seit einer ganzen Weile Streitigkeiten um den Haushalt. Die FDP ist da am blockieren, weil die FDP diesen Haushalt nicht absegnen möchte, weil die Grünen und die SPD noch mehr Geld ausgeben wollen und dafür die Schuldenbremse aushebeln wollen, was die FDP nicht möchte. Und dabei geht es nicht nur um die deutsche Wirtschaft, dabei geht es auch um Hilfen für die Ukraine. Und die bei der Ampel sind ja nicht blöd. Die verstehen, was die Trump-Wahl bedeutet. Die verstehen, dass der Krieg in der Ukraine als bald zum Ende kommen wird, auf die eine oder andere Art und Weise. Entweder schafft es Trump, die Verhandlungen herbeizuführen, die er halt versprochen hat, oder er schafft es nicht. Dann macht Russland die Ukraine halt schnell platt, statt sie langsam platt zu machen, wie wir es im Moment erleben. Auf jeden Fall möchte man aber hier in Deutschland, seitens der Ampel an dem Kurs festhalten, immer mehr Geld in die Ukraine reinzubuttern. Wobei ich von der Ampel da ja gar nicht mehr sprechen darf. Es gibt ja keine Ampel mehr, komme ich gleich noch zu. Es gibt ja jetzt nur noch Rot-Grün. Die FDP hat es ja nicht nur blockiert, die FDP ist jetzt raus, ja. Das heißt, Rot-Grün möchte da weiter dran festhalten. Die FDP würde es wohl auch machen, wenn man dafür die Schuldenbremse nicht sprengen müsste. Nun hat offensichtlich aber die FDP im Gegensatz zu Rot-Grün den Bezug zur Realität noch nicht verloren. Da sitzen nicht nur Realitätsverweigerer. Die nehmen zur Kenntnis, dass wenn Trump jetzt dafür sorgt, dass Amerika bei den Ukraine-Hilfen wegbricht, weil Amerika jetzt Amerika first macht, wie es ja auch richtig ist, dann wird es dazu kommen, dass wenn man die Hilfen in der Masse aufrechterhalten will für die Ukraine, Deutschland einspringen muss und noch viel mehr zahlen muss, was mehr Schulden und deutlich mehr Ausgaben bedeutet, die wir einfach als Land so nicht leisten können, ohne unsere Staatsverschuldung erheblich in die Höhe zu treiben, was offensichtlich das Aus-der-Schuldenbremse bedeutet. Und da ist die FDP nicht mit on board. Und das zu Recht. Das ist nämlich nicht das, wofür die FDP mal von ihren Wählern gewählt wurde, dass die diesen ganzen links-grünen Scheiß, der da betrieben wird, mitträgt. Und deswegen ist Lindner ausnahmsweise wohl offensichtlich mal für seine Wählerschaft eingestanden und hat gesagt, nein, wenn wir das alles so nicht hinkriegen und uns da nicht einigen können und die Ampel nicht bereit ist, mal vernünftig zu handeln, mit der Ampel meint er, wie gesagt, den rot-grünen Teil der Ampel, dann müssen wir jetzt Neuwahlen einleiten. Und darüber war Scholz offensichtlich dann so erbost, dass er Lindner aus der Regierung schmeißt, dass Lindner sein Amt verliert. Er wird morgen entlassen. Ist für Lindner natürlich erstmal eine blöde Sache, der ist seinen Job los, aber er hat wenigstens einmal in seiner gesamten Amtszeit das Richtige getan. Und das, finde ich, sollte man an dieser Stelle auch schon mal anerkennen. Wir haben also eine Konstellation aus zwei Faktoren. Einerseits, dass die Amerikaner gewählt haben und das endlich richtig. Und andererseits, dass Lindner sich entschieden hat, endlich mal Rückgrat zu zeigen. Und damit hat er uns ein großes Geschenk gemacht. Er hat uns nämlich jetzt noch ein weiteres halbes Jahr mit der Ampel erspart, effektiv, was uns sonst noch bis zu den Wahlen in 2025 geblüht hätte. Der Ampelregierung, die wohlgemerkt in Deutschland keiner mehr will, und das versteht ja auch ein Lindner, dass diese Regierung längst keine Unterstützung mehr hat und dass die FDP darunter nur weiterleidet, je länger sie die Ampel mitträgt. Meiner ehrlichen Einschätzung nach kommt diese Einsicht für die FDP natürlich zu spät, weil die FDP sich auch jetzt mit dieser Einsicht nicht mehr aus der Versenkung retten können wird. Die FDP hat fertig, genauso wie alle Ampelparteien. Die werden alle extreme Verluste im Vergleich zur letzten Bundestagswahl verzeichnen müssen. Und das auch mehr als zu Recht. Aber ich kann euch sagen, es freut mich trotzdem, weil es wenigstens mal ein Zeichen ist, dass da noch ein Hauch von Politik für Deutschland übrig ist im Mainstream, dass man auch mal ein wenig Bezug zur Realität hat und nicht immer nur Realitätsverweigerung, wie man das ansonsten bei den ganzen Parteien immer wieder beobachten konnte. Und dass man jetzt durch die Trump-Wahl da einen gewissen Weckruf erhalten hat, das ist, finde ich, mehr als berechtigt. Und ich sage euch noch was, das, was jetzt unter Trump in Amerika stattfinden wird, dass man da eine komplette Wende in der Migrationspolitik vollzieht, dass man Nein zur illegalen Migration sagt, Das ist genau das, was hier in Deutschland auch passieren müsste. Genauso wie das, was im Kontext von Idol Musk in Amerika stattfinden wird, das hat Trump ja auch schon angekündigt, dass Musk Teil seiner Regierung werden wird, dass man da den Staat auf Effizienz trimmt. Dass da unnötige Beamte mit ihrem ganzen unnötigen Woken-Scheiß entlassen werden. Genau das braucht es hier auch. Wenn man nämlich die ganze staatliche Unterstützung für den linken Woken-Dreck kappt, dann wird am Ende auch der Haushalt wieder reichen. Und man kann sich die Dinge, die man sich leisten muss, dicke leisten. Denn dafür hat Deutschland genug Geld. So sehr am Ende, dass wenn wir diesen ganzen Dreck loswerden, dass wir dann nicht noch über die Runden kommen könnten, ist das Land zum Glück noch nicht. Und die Betonung liegt bei all dem auf noch nicht. Man muss nämlich ehrlich sagen, jeder Tag, jede Woche, jeder Monat, den die Ampel früher weg ist, ist ein Gewinn für dieses Land, weil der Schaden reduziert wird, den die Ampel noch anrichten kann. Und mit der Ampel meine ich, wie ich es eben auch schon gesagt habe, offensichtlich primär grün und rot, weil grün und rot den Einschlag einfach nicht sehen wollen. Seitens der FDP hat man ihn offensichtlich mittlerweile zur Kenntnis genommen. Amerika hat es vorgemacht, es ist Zeit für einen Kurswechsel. Und egal wie sehr die Medien rumheulen, dieser Kurswechsel ist möglich und er ist richtig. Und wenn jetzt hier in Deutschland noch die Brandmauer gegen die AfD fällt, so wie die Amerikaner sich nicht haben einschüchtern lassen und Trump gewählt haben, dann kann man in diesem Land zumindest noch etwas zum Besseren retten. Und retten ist genau das richtige Wort, denn dass so eine Rettung nötig ist, das muss man auch hier in diesem Land langsam aber sicher mal zur Kenntnis nehmen. Und die allermeisten tun das langsam aber sicher auch. Nur die härtesten Realitätsverweigerer sprechen sich immer noch so radikal dagegen aus, weil sie es einfach nicht anerkennen können. Und das sind dieselben Leute, die fest daran geglaubt haben, dass Harris die Wahl gewinnt. Diese fucking Vollidioten. Ich hab das vor der Wahl immer wieder gesagt. Wenn Harris das Ding gewinnt, dann nur mit Manipulation. Einen anderen Weg gibt es da nicht, weil die Amerikaner es inzwischen gecheckt haben. Die haben gecheckt, dass die Zustände in ihrem Land nicht mehr zu ignorieren sind. Den Leuten hat es gereicht. Die haben auch die Schnauze voll von den Lügen der Demokraten gehabt. Dass Harris ihnen da das Blaue vom Himmel verspricht, wortwörtlich, Demokratenblau, und dann nichts delivert. Und sie könnte ja deliveren. Sie hat ja die Möglichkeiten. Die Demokraten sind in der Regierung. Sie hatten auch die Mehrheit im Senat. Sie hätten es machen können, aber sie machen ja nichts. Sie machen nichts, weil sie es nicht tun wollen. Aber gleichzeitig versprechen sie den Leuten Besserung. Diese gottverschissenen Lügner. Man erkennt gewisse Parallelen zu Deutschland. Nicht wahr? Nur mit einem großen Unterschied. Die Amerikaner haben jetzt mit dieser Wahl dafür gesorgt, dass die Demokraten endlich die Quittung für ihre Scheißpolitik und ihre Scheißlügen bekommen haben. Trump hat nämlich nicht nur die Mehrheit als Präsident, er bekommt auch noch die Mehrheit der Republikaner im Senat. Das heißt, sie haben das Repräsentantenhaus, den Senat und die Präsidentschaft. Und damit können sie effektiv machen, was sie wollen. Und zwar, weil es keine großen Möglichkeiten für die Demokraten mehr gibt, Trump noch irgendwie zu blockieren. Direkt vor der Wahl habe ich noch ein Video zu Project 2025 gemacht, wie Trump demokratisch eingefärbte Beamte entlassen kann, die ihm in der ersten Amtszeit haufenweise Steine in den Weg gelegt haben. Tür und Tor sind jetzt offen, all das zu beenden. Natürlich mit dem Risiko, dass die Republikaner die US-Demokratie jetzt genauso abusen, wie die Demokraten zuvor. Das ist nicht mal unwahrscheinlich. Aber immerhin kann man damit jetzt alle Wahlversprechen einhalten, wie man vorher versprochen hat. Es gibt keine Ausreden mehr. Wir werden also sehen, wie viel er davon einhalten möchte. Hoffentlich so einiges. Wenn Amerika sich mehr um Innenpolitisches kümmert, dann ist das für uns in Deutschland eine Chance, es ihnen leicht zu tun. Ich weiß, Eigenverantwortung. Da wollen die Linksgrünen nichts von hören. Aber das sind jetzt die Zeichen der Zeit. Die Linksgrünen mit ihrem kaputten Woken-Weltbild. Die Junge. Jetzt liegt es wortwörtlich in Trümmern. Und das freut mich ungemein. Ich hoffe euch ebenfalls und dass euch dieses Spezial gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.